Hallo liebe TVR Fans, ein kleines Statement von meiner Seite. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich meine sportliche Karriere beim TVR Rottenburg beenden werde. Ich werde mich aus dem Leistungssport zurückziehen, habe mich dafür entschieden, meine berufliche Laufbahn voranzutreiben bzw. meine ausstehenden Chancen da zu nutzen, da ich seit letztem Sommer fertig bin mit meinem Studium. Ich werde aber weiterhin meinen Lebensmittelpunkt hier in Rottenburg haben, werde weiterhin natürlich Kontakt mit den Jungs haben und wechselt quasi nur vom Spielfeld auf die andere Seite des Geländers zu euch. In der Hinsicht werden wir dann quasi gemeinsam für den TVR fiebern, alles für den Klub. Genau, in der Hinsicht möchte ich mich auch noch für die Unterstützung in meinen letzten fünf Jahren hier bedanken. Mir war jedes Heimspiel, auch wenn nicht alle Ergebnisse toll waren, eine große Freude für euch zu spielen mit eurer Unterstützung. Wie man so schön sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Das wird in meinem Herzen bleiben, deswegen werde ich weiter hinter dem Verein stehen. Danke!